Mercedes? Ja, bitte? Wie findest du BMW? Siehen ganz nett aus, aber nur in meinem Rückspiegel. WAAA! Jobcenter, Jobcenter, was habt ihr für Arbeiter? Was habt ihr für Arbeiter? Jobcenter... Wo bist du? Zuhause. Und mit wem bist du? Alleine. Ach ja? Ja. Und was machst du? Auf der Couch. Wer ist Couch? Ey, willst du mich verarschen? I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green, or pink, or black, or white, I could be every color you like. Ich habe Bock auf Nutella, ja, ich habe Bock auf Nutella, ich habe Bock auf Nutella. Aber geh nicht, ich bin auf Diät. Welche Mensch? Gibt 2.100 Euro für so ein Handy. Zeig mal, was er alles kann. WAAA! Er steckt sich jetzt den USB-Stick in der Hand. Da, guck. 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 Bin. Guck dich mal an, du hast doch selbst ein Doppelkinn. Ich wette, du betrügst mich mit einer Dünnerin. Ich habe ein Dünnerin. Ich habe ein Dünnerin. Ich habe alles, was ich wollte. Aber wenn ich mich, ich sehe, dann bin ich mit mir. Shen! Ma! Was ist falsch mit dir? Nichts, ma. Warum bist du schäckend? Oh. Sie sagten wir schäckend, bevor wir die Medizin nutzen. Ich habe ein Dünnerin. Vosnig. Hey what are you doing? Ha! 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 Oh Jesse beaters right on time right on top like to say that 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 to say that 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 like this Das war's für heute. K.B. Da 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 When I popped off Then your girl gave me Just a little bit of lockjaw Fli Fli Fli-fla Fli-fla Fli-fla-flow Fli-fla-flow Sabesta Sabesta Ich bin der Mama? 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 Berlin So you're a tough guy Like you're really rough guy Just can't get enough guy Just always a buff guy When I popped off Then you go gave me just a little bit Yes, sir Bitte sag mir Ob du mich geliebt hast Oder ob alles nur gespielt war Bist du glücklich mit dem Abschied Sag mir ein Grund Bitte sag mir warum Wenn du in den nächsten 4,44 Sekunden Nicht das Video likest Und den Kanal abonnierst Dann Ach, es passiert gar nichts Wem mach ich was vor? Try me I'm Peppa Pig I'm Daddy Pig Leute werden berühmt bei TikTok Mit den aller dümmsten Videos Zum Beispiel dieses hier Dieses Video bekommt mindestens 1000 Likes Warum nicht Schicke? Ich bin Lin Klang auf am Kasse Digger, Digger Digger, ey Digger, sag mal Ich hab ne Frage ne? Schhhh Leefst du? Put your head on my shoulder Baby lock them doors and turn the lights down Moi je t'enfrirai des perles de pluie Venues de pailleux et ne plus pas I love you Hey yo, famous relative check Flee 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 Fla Flee Fla 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 F Oh Da 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 When I popped off And you go gave me just a little bit I like Oh, Madai Aber das ist ein paar Das ist ein paar Bördchen Mir ist ja I'm in the ghetto I'm in the ghetto Ra da 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 Ra da 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 AHH From the canada Da 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 When I popped off And you go gave me just a little bit A lot Okay Take me up Okay Now take me up Now I can't Jobcenter sagen mir Du musst nur 8 Stunden arbeiten Ja ich Ausländer 13, 15, 16 Wollah Billa egal Keine problem I Jar love you If you Instead of I Don't Wait, 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 wait. Da, 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 da. When I popped up, then your girl gave me just a little bit locked up, baby. So cold, you from the north, you from the Canada. I can be your sugar when you're beaming for that sweet spot. I'm eating your mouth, baby, and eat it to your teeth. I'm holding you a thing so cold. I'll be with you from the Sudan. I'll be with you. When I popped up, then you gave me just a little bit locked up. Ich komme gerade aus dem Rewe und da ist mir mal wieder was passiert. Wenn die Kassiererinnen die Ware gescannt haben, dann rutschen die ja in diese Warenrutschen, Auffangsbehälter, Becken, wie auch immer. Auf jeden Fall stehe ich da und räume gerade mein Zeug zusammen und da sagt die Frau hinter mir, dass ich mich doch mal ein bisschen beeilen soll, weil sie es eilig hätte. Ich war etwas verplex und habe mit einem kleinen Mimimi geantwortet, woraufhin sie dann meinte, dass ich für einen erwachsenen Menschen ein ganz schön kindisches Verhalten an den Tag legen würde. Ganz ehrlich, ich und kindisch, ey. Ich habe sie dann angefurzt und bin weggerannt. Da, 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 da. When I popped off, then your girl gave me just a little bit locked up. Baby, so coldy from the north, from the Canada. Papa, was steht da? M.T. M.T. Und was steht da jetzt? M.T. Und jetzt? Hä? M.T. Und jetzt? M.T. Und was ist jetzt? M.T. 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 Ja, ja, ja.